Herzlich Willkommen zu einem neuen Stream von mir. Heute mal wieder und ich gehe mal direkt auf meinen Stream. Hallo BrikaTV, freut mich, dass du auch mal wieder am Start bist. Ich war ja auch mal in deinem Stream. Ich gehe jetzt einfach mal direkt in eine Runde Bad Wars und ja, ich sollte den Stream vielleicht auch mal auf meinen anderen Bildschirm öffnen, damit ich den Chat sehen kann. So. Äh, hallo Andrea Lehert, hey. Was geht nichts bei dir? Hallo Kritik3, hallo, hallo, hallo. Äh, hey Nutella, ähm, hast du TS? Ja. In der Tat habe ich TS. Ähm, ja, habe ich. Kannst gerne mal auf meinen TS kommen. Ähm, ich kann die IP gleich mal reinschicken. Äh, ja. Hey Anarkin, 43, 43. Welcher Server? Äh, ich spiele hier gerade auf dem Revinsite.tv-Server. Weil die IP steht auch immer oben links da, wo IP steht. Und ich mache ganz kurz was. Wartet mal kurz. Äh, wo ist es denn? Ähm, 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 so. Ach ja, ich muss es denn. So. Hallo Trail 2008. Freut mich, dass jetzt auf einmal so viele Leute direkt am Start sind. Seid ihr anscheinend alle aktiv jetzt. Freut mich auf jeden Fall. Aber es sind ja auch Ferien. Also. Ja. Ich habe das Inventar-Sortien voll verpackt. Ich gehe mal da rüber. Ist da überhaupt jemand? Ein Team Rot? Ne, Team Rot gibt es gar nicht. Dann, alter. Gehe ich einfach mal da hin. Ich bin nicht eingespielt. Könnt mir ja mal schreiben. Äh, ne. Ah, ihr könnt mir ja mal schreiben. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerade so tut. Also, was ich tue, ist ja eigentlich logisch. So. So. So muss ich mich hier mal ein bisschen anstrengen. Alter. Geht doch. Moin, der ist voll ekoppt. Äh, ich lese es gleich kurz. Im Schwimmbad sitzen und immer wieder Daten verbrauchen. Die andere Nachricht lese ich jetzt. Warte. Ja, moin. Eine Sekunde nicht aufgepasst. So. Habe nur noch eine Woche Ferien und einen Tag. Aber dann habe ich zwei Tage Schule. Dann bin ich auf Klassenfahrt. Okay, das ist nice, direkt danach auf Klassenfahrt zu fahren. Ich habe, ähm, auch noch eine Woche, glaube ich, Ferien. Und dann habe ich halt wieder Schule. Aber, äh, ja. Ist jetzt auch nicht der Weltuntergang, muss ich sagen. Also. Ja. Ist eigentlich voll chillig momentan, Schule. Weil wir kaum Unterricht machen. Äh, weil so viele Lehrer bei uns, ähm, gegangen sind. Also wir haben ein bisschen leeren Mangel, so. Falls ihr versteht. Ja, moin. Er gibt mir die Kombo. Also. Egal. Nächste Runde. Ähm, vielleicht gibt's ja auch noch Wasch. Freijump gehe ich mal. Ist hier überhaupt eine Runde voll? Gut. Dann, ähm, gehe ich auf Q. Judo. Gehe hier auf. Fühlen wir mal eine Runde MLG-Wash. Das ist voll gemein. Wir machen nur Unterricht. Bin aber auch erst in der sechsten Klasse. Ähm. Das macht es nicht so viel Unterschied, in welcher Klasse man ist. Das liegt einfach an meiner Schule. Ähm. Also. Ja. Ähm. Welchen TS? Ähm. Ich schick dir die IP gleich mal. Weil mein TS ist eigentlich noch nicht öffentlich. Aber. Oh. Das war richtig fail. Der kriegt jetzt mein Bett. Oder auch nicht. Oder doch. Äh. Wie kann man sich so viele Blöcke safen? Das geht doch gar nicht. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Muss ich sagen. Der ist. Okay. Hä? Wie geht das? Guck mal. Der bekommt null Knock. Der kann nicht tun, was ich will. Der bekommt keinen Knock-Pack. Guck. Das ist doch nicht mehr legit. Ah ah. Vergiss es. Ich spiel doch nicht gegen hier Leute, die keinen Knock bekommen. Spiel ich halt mal Bett, wo ist eins gegen eins. Wo ist hier eins, wo ist eins da? Ich fordere hier ein paar Leute heraus. Ah. Geht doch. Ähm. Ähm. Ich geh mal kurz auf mein TS. Dann kann ich auch die IP reinschicken. Mh. Connected. Mikrofon muted. So. Ich schick die dann jetzt mal eben in den Chat. So. Könnt ihr rauf-join. Der ist noch nicht released, der TS. Aber ich denke für den Stream sollte das gehen. Also das ist jetzt wahrscheinlich kann man da. Aber ich hab den ganzen TS übrigens alleine eingerichtet ohne Hilfe. Ah. Deshalb ist der jetzt auch noch nicht perfekt. Aber ich wollte es halt komplett alleine machen. Deshalb nicht wundern. Ah. Ey komm. Seid korrekt. Seid korrekt. Bitte. Komm schon. Da muss ich jetzt halt weiterspielen. Mann. Ich dachte er ist korrekt oder so. Okay. Ich glaub der wollte, dass ich ihn fäll. Schick mal ein Herz. Oh no. Ich hab Treppen gekauft. Okay. Direkt ist jemand in meinen Channel gekommen. Freut mich auf jeden Fall. Ähm. Genau das ist die. Ähm. Kannst du in dem Channel reden? Eigentlich. darfst du da gar nicht reden können. Ich weiß nicht ob du da gerade reden. Normalerweise ja. Ich kann reden. Ja moin. Du kannst du nicht reden weil du dich gemütet hast. Ich weiß. Was ist? Mach das. Ja nehm ich gerade nur im Stream zu und rede dadurch mit dir. Juhu. So. So. Wartet mal kurz. Leute, ihr könnt auch mal hier auf den Server kommen, könnt ihr nicht spielen, wenn ihr Bock habt. Müsst ihr nur drauf schauen und fertig. Hast du den Server Multilabs, äh, kann ich bestimmt drauf. Warum kann ich nicht mit dir reden? Ähm, das habe ich dir gerade schon geschrieben, aus dem Grund, dass ich in Streams nicht mit Abonnenten rede eigentlich, weil das ist dann komisch. Ich weiß ja nicht, was ihr dazu sagt und so. Also mit so aktiven Abonnenten gerne. Also du bist ja jetzt nicht neu auf meinem Kanal, aber ja, ich glaube ihr wisst, was ich meine. Ähm, Leute, wollt ihr eigentlich lieber, dass ich Bad Wars oder Sky Wars spiele? Also ich spiele eigentlich sowieso das, worauf ich Lust habe, aber würde mich mal interessieren, was ihr so sehen wollt. Oh man, da springe ich da noch runter. Und die Runde habe ich schon mal verkackt, aber naja. Ich glaube, der ist korrekt und wartet. Na moin. Ich hätte mich dann noch safen können, aber... So, buh. Ist ja dumm von ihm, da so reinzurennen. Vielleicht hat er keine Blöcke, nein. I don't know. Jetzt muss ich ihn angreifen. Mal gucken, ob ich ihn bekommen. Oh shit. Na moin. Der hat ja mal mega viele CPS. Oh, der hat nur einen Knock bekommen. Moin. Als ob der gerade keinen Knock bekommen hat. Hat sich das gesehen? Ich habe ihn geschaut, aber... Friesi YouTube, kenn ich den nicht? Macht der nicht YouTube? Wartet mal. Friesi YouTube. Friesi YouTube. Friesi YouTube. Macht der ja wirklich. Wartet mal. Wartet mal. Ich glaube, das ist ein YouTuber. Kein Hate, der Streamlakebizel. Ich weiß. Alles gut. Sehe ich ja nicht als Hate an. Those, drei. Das war Vaddan. Ja das ist ein Jets. Will. Dannen wir dann. Das war Gott. Der Streamlakebizel. guine. Oh, sorry, Yad. Sorry. Jetzt ruft meine Freundin mich an. Oh, ich kann nicht rangehen. Im Stream. Sei korrekt und hol nicht das Bett. Please. Hier ist du YouTuber. Hier ist du locker YouTuber. Wenn du's bist, spring einmal runter. Okay, er ist kein YouTuber anscheinend. Aber komisch eigentlich. Das ist so ein Name. Irgendwo hab ich den schon mal gehört. Und ich hab den Chat gar nicht geöffnet. Oh, hab zu übernimmt. Bist du Mädchen? Ja, aber warum fragt man das wohl? Ja. 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 Leute, ich hatte recht. Ja. 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 So wie Ingame. Okay. YouTube. Ach so Scheiße, ich kann den Namen nicht schreiben. So, ich richte mir jetzt mal sieben Abonnenten. Frag mal etwa, wie viel Abonnenten ist. Jetzt kommt er so 3.600. Dann müsste er... Ich finde den nicht. Ich finde dich nicht. Ich weiß, dass ich mein Kurs in meine Kurs. In mein Kurs. In mein Kurs. In meinem Kurs. In mein Kurs. In mein Kurs. In mein Kurs. Vielen Dank. Nein, ich hole seinen Wert nicht. Das wäre ehrenlos. Ehrenlos. Das wäre richtig asie, wenn ich jetzt sein Wert abbauen würde. Das wäre richtig asie, wenn ich dich auf YouTube finden kann, weil so finde ich dich nicht. Das ist fail. Und ich kann deine Freundschaftsanfrage nicht annehmen. Du hast bereits zu viele Freunde. Ich habe meinen alten Account. Und, okay, hallo kurz, I'm legitXX. Also, wenn du das bist, ich finde dich nicht auf YouTube. Also, ja, ist mir klar, dass du das bist. Ich finde dich halt nicht auf YouTube. Und ich baue dein Bett extra nicht ab, weil das so ehrenlos übern ist. Und ich kann deine Freundschaftsanfrage, wie gesagt, nicht annehmen, weil du zu viele Freunde hast. Ich kann es jetzt nochmal versuchen. Ah, du hast bereits zu viele Freunde. Warte, ich mache das später mit dir. Lass es zocken. Ja, meine FL ist voll. Okay. So. So. So, Leute, ich bin ehrenvoll und springe runter. GG. Slash Party in White. Wo ist hier 2 vs. 2? Ich will ja nicht gegen ihn spielen. Wir brauchen noch paar andere Spieler. Mann. Wollte, ich gehe mal MLG Wash und gehe in 1 vs. 1. So. Alter, wie du'sst du richtig hart oder wie? Richtig hart, aber... Ups. Digga Poichi kann einpacken. Ich habe gerade Ehre gezeigt, ich habe seine Bettenschaft gebaut. Ich habe gerade ein paar. Bro, erst mal sage ich so Ehre, boah, ich habe ihn da. Moin. Ich muss gleich ganz kurz meine Nachrichten angucken. Und zwar genau jetzt. Denn ich habe ein paar Nachrichten hier bei Dings. Ich tanze. Ich kann auch tanzen, Bruder. Wir können zusammentanzen. Ja, ich habe ihn. So. Hm. Hm. Sorry, Bruder, aber ich habe Bett abgebaut, damit du weißt, dass es weitergeht. Ich hoffe, das war jetzt nicht irgendwie ein Weltuntergang für dich. Oh mein Gott, ich gebe ihm Ehrhit. Er bekommt trotzdem kein Norgehalter. Wie gut ist der? Oh mein Gott, war das gerade schlecht. Ich meine von mir. Manchmal kommen da einfach Partikel, aber er fliegt nicht weg. Okay, lass das andere spielen. Ich habe keine Chance gegen dich. Ich muss ja kurz meine Freundin anrufen, weil sie macht was Sorgen, weil ich den Anrufer gelehnt habe. Sie denkt, dass das irgendwas passiert oder so. Hallo? Hallo? Ähm. Ähm. Ist alles okay bei dir? Ja, warum? Ist es gut? Ja, warum? Ja, warum? Weil Bono gesagt hat, dass du gesagt hast zu ihm, dass es zu schlecht geht. Äh. Äh. Ich streame gerade, ne? Was? Ich streame gerade. Ach so. Äh. Nein, habe ich nicht mal gesagt. Warte! Ähm. 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 Vielen Dank. Ich bin wieder da. Ich habe dich nur angerufen, weil du dachtest, es mir schlecht geht. Nein. Warst du Streamster of Lacey? Nee, weißt du? Ey, wo denn sonst? Das war ironisch gemeint. Hauptsache, da ist immer noch dieses Fortnite, wenn du spielst. Ich weiß, ich habe schon neue Thumbnail, aber ich habe vergessen, es reinzumachen. Okay, wollen wir dann später telefonieren, wenn du nicht mehr streamst? Ja, ja, können wir machen. Wir können auch jetzt telefonieren, solange wir hier keine privaten Sachen besprechen. Ja, okay. Weil es können halt bestimmte Personen den Stream angucken. Ja. Wie Weintraube und Birne und dann... Aber die müssen ja nicht, wer die sind. Ähm, slash party msg bw... Genau! Was ist? Hä? Was ist das denn für ein Arschloch? Wer? Ey, ich schick dir ein Screenshot. Meinst du Birne? Ja. Warte. Ich glaube, du checkst es auch. Was ist das denn für ein Arschloch? Ähm, später privat. Du weißt, was ich meine. Das mit der Lautstärke, dass man den Namen nicht sieht, ne? Warte kurz. Wie, dass man den Namen nicht sieht? Ja, äh, wenn man die Lautstärke runter macht, dann sieht man den Namen hier, weil dann dieses Ding da kommt. Von wem ist das der Chat? Von, äh, Birne und Birne. Guck, er hat deinen Namen gedingst mit. Mir ging es nicht so gut. Doch, geht es ihr. Doch, geht es ihr. Hä? Ich hab einfach nur geschrieben, na ja. Aber okay. Hä? Aber wieso macht er das mit deinen... Och, Alter. Äh. Äh. Das kann ich nicht verstehen. Ich frag mal, wie hast du sie eingespeichert? Leute, alle im Stream spendet ihr mal ein bisschen Geld, dass sie sich ein neues Video kaufen können. Genau, Leute! Ich bin arm, wisst ihr? Nein, Spaß. Ähm, wir sparen schon zusammen. Und wir haben sogar schon mit meinem Hauptaccount PERMA gewandt. Oh. Äh, wir sparen sogar schon, also wir, ich sag jetzt mal wir, auf ein Mikrofon. Ähm. Oh, ne. Er sagt... Tja. Aber was juckt dich das, wie er mich eingespeichert hat? Er juckt mich ja nicht, aber ich versteh nicht, wieso man dann dieses Stimm-Da-Ding da macht. Kann man ja auch einfach rausschneiden, aber okay. Ich bin immer noch müde. Wuh! Der hat mich ja auch noch bekommen. Das war jetzt echt traurig, muss ich sagen. Ich hoffe, ich bin schneller beim Bronze. Ja! Oh, er hat direkt im Bett gesneakt. Äh, 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 äh! Äh, äh, äh! Äh, äh, äh! Das ist bester Name! Was? Äh, äh! Äh, äh! Er hat dich, neintraubes, alle eingeschmeichert! Äh, äh! Äh, äh! Äh, äh! Äh! Äh, äh! Oh mein Gott! Äh, ich weiß auch, wie ich jetzt so einspeichert! Nein, du speicherst mich nicht so ein, Anna! Nein! Niemand anders! Ach, du meinst so ein Traube! Okay, können wir jetzt mal bitte wieder über was anderes reden außer private Dinge? Ich streame gerade auf YouTube. Ich denke nicht, dass das irgendwen interessiert. Oh mein Gott! Nö, ich glaub, denen interessiert das auch nicht so richtig! Ich weiß! Bruh! Ne, juck, kein nix! Guck! Jetzt reden wir nicht hier über die privaten Dinge in unserem Leben. Kannst du bitte at home kommen? Bei uns kommen ein paar Leute so. Meine privateste Sache ist gerade, dass sie auch... Okay, das kann doch jetzt jetzt zufrieden sein! Oh, ich hab ihn noch bekommen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Rani! So, wann darfst du wieder an den Computer? Wen fragst du? Dich! Ich? Keine Ahnung! Was ist das für euch? Kannst du mal fragen! Aber... Wahrscheinlich... wird sie dann doch da auch erstellen! Ich kann dir das dann einstellen mit MC und so. Genau! Leute! Lasst alle mal ein Like da, wenn ihr auch euch so auf sie freut! Wenn sie endlich wieder an MC hat! Und mit mir spielt! Sie ist eigentlich richtig heftig! Sie ist eigentlich richtig heftig! Sie hat mega viel CPS! Oh mein Gott! Ich hatte fast das Bett! Mann! Das kann doch jetzt nicht sein! Hab Like da gelassen! Okay Anna, du musst echt mal wieder ein Ziel holen! Äh, ist das nicht jemand aus meinem Team? Scheiße! Komm bitte nach Hause! Bitte! Bitte schnell! 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 Bra! Dingoskira! Was ist denn hier drin? Sorry! Alles gut, Digga! Oh geil! Eine Laumstange mit Käse und Speck! Jeder sind Sesamkörner drauf! Erstmal wegmachen! Hab 25 CPS! Oh mein Gott! Was machst du für eine Clickart und was hast du für eine Maus? Hab nicht so viel, ja! Ich hab 10! Oder 20! Nee, 20 nicht! Ich hab höchstens... Ich mache Blues, okay? Ich hab 3 Klicks! Ich hab 2 Klicks! Ich hab 2 Klicks! Das sind doch auch schon viele Klicks! Er hat die Rocket Cone XTD! Die ist nice, aber kann ich mir nicht leisten! Wir können uns vieles nicht leisten! Was? Was? Es gibt mal so viel Toast! Mh! Du hast gerade einen Haft! Aber bald verdienen! Aber bald verdienen ich so viel YouTube-Money! Nein, Spaß! Also Leute, spend' ich mal alle damit in Form Wabe! Also sie ein bisschen Geld zählen! Weil Hartz 4 ist jetzt ja auch nicht immer da! Ähm Leute, ich hab nicht Hartz 4, sondern Hartz 3! Ich kann's nicht mal beantragen! Ich kann's nicht mal beantragen! Was? Was, Manna? Sag, ich fall direkt runter! Ach, er war jetzt echt ein Fail! She say, du jungler! Okay, ich hab heute nicht so gut! Könnt ihr mal! Oh, ich hab jetzt fast runtergelaufen! Okay, jetzt wird's feinig! Warte, ich mach mich für den Stoppen! Ja! Ja, was ist nochmal? Ich hab' gerade Lachfleisch, Hartz 4 und Hartz 3! Ja, Bruder! Muss da sein! Okay! Mir ist deine Sonne drin! Nicht schön, ich kann nur so laut sein, Alter! Ich halt jetzt kurz das Mikro zu! Ähm, ne, momentan spiel ich nicht so Fortnite, aber generell schon! Oha, Digga, du hast uns gerettet! Korrekt von dir! Oh, warte! So! Ja, ich bin dein Prinz, XD! Ja, auf jeden Fall! Wer ist dein Prinz? Ja, ich bin schon dein Prinz! Ich bin ein Junge! Genau! Sie ist leider schon mein Prinz! Sie ist Transgender deshalb! Also ich sag' euch, als Junge ist es definitiv leichter als ein Mädchen! Nein! Alter! Und vor allem bei den Jungen, guck mal, das ist da viel leichter, aber ein Mädchen ist viel schwieriger! Also, falls dann alle, die ein Mädchen mehr wollen, werdet das nicht! Dann gibt's gleich mal alle zurück! Ich hab's auf dieser Welt! Also... Leid mal bitte! Ich, ich geh jetzt auch in dein Stream! Den ersten hab' ich! Den zweiten hab' ich auch! Eeeeeeasy! Soll ich vielleicht nicht... Wer guckt eigentlich alles grad' dein Stream? Hm? Wer guckt eigentlich grad' alles für deinen Stream? Oh mein Gott! Ich war so dumm! Ähm... Manu! Ja, tut mir leid! Ich guck' ein paar Leute meinen Stream! Ich zum Beispiel selbst! Okay, bleiben! Ich guck' dich den Stream jetzt auch! Grün, wir sind in Rush und ich bin mal im Backloss, hm? Hallo! Ich guck' ihn! Ja, nice! Ich hoffe, ihr habt alle schon ein kostenloses Abo da gelassen! Würde mich auf jeden Fall sehr freuen! Erstmal Werbung, ja! Ja, und Leute! Der erste Link im Entwurf ist zum Spenden! Spendet da mal was! Genau! Da könnt ihr easy... Nicht kostenlos spenden, aber... Kostenlos! Also kostenlos könnt ihr da schon draufklicken, aber... Also ihr müsst... Ihr müsst euch einfach eine 20€ PaySafe-Card holen! Dann müsst ihr da auf den Link klicken! Müsst die 20€ PaySafe-Card einlösen! Und ich verspreche euch, es kostet euch nichts! Die 20€ werden die einzelnen Kosten sein! Sonst ist es kostenlos für euch! Ja! Wie gesagt, das verspreche ich euch! Oh mein Gott! Vielleicht krieg' ich das Bett alleine! Ah! Ich bin tot! Hallo! Wer ist denn da in meinem Stream? Keine Ahnung! Tatsächlich! Nee, ich auch nicht! Das Ding ist, du meckerst immer, wenn du stirbst oder so! Und im Stream ist es noch gar nicht so weit! Deswegen weiß immer jeder, wie es ausgeht! Das ist immer so ein bisschen... Scheiße, welche Kinder hier? Gelb! Scheiße! Komm nach Hause! Komm nach Hause! Schnell bitte! Home! Home, home, home! Wuuu! Ich hab' den gerade gar nicht gesehen! Komm bitte nach Hause! Der steht und hängt sogar nicht mal so! Nein! Wirklich? Nö, also bei mir nicht! Nein, das freut mich jetzt aber! BG, alter Badgame! Nein! Ach man! Es metzt gerade mein Mikro! Man hört's! Nicht! Also ich nicht! Machen! Ja! Ich hab' ne Walkout-Nachricht! Wöchentliche Zusammenfassung! Verfüßen wir auf! Ja, geil! Nächste Runde bitte! Ähm! Könnt ihr vielleicht ein bisschen aktiver im Stream werden, so? Schmeiß mich nicht ins Mikro! Okay! Hallo! It's... Miii! Can you rap? Can you rap? Can you... Was laberst du? Ich spamm' grad'n bisschen in den Chat, damit ein paar Nachrichten stehen! Was isst du? Gerade nichts mehr, weil es schon leer ist, aber da frag' ich... Hä, wo hast du das gesehen, dass jemand das geschrieben hat? Hab' ich so'n, ähm... Hab' ich so'n Laugen-Ding mit, ähm, Speckungen drauf gegessen. Hä, bei mir kommen gar keine Nachrichten an, da stehen nur meine Blommen. Finde ich jetzt aber auch... Du bist ja auch nicht in Minecraft. Ach so. Du Schlau-Kopf, ähm. Nice, gönn' dir, jo! Oh, er haut raus! Er haut raus! Scheiße, die bauen sich ja alle so hoch! Oha! Erstens... Der Stream hängt gar nicht und die Qualität ist einfach richtig geil! Ja? Also das ist diese 1850 Pixel. Das ist richtig geil, die Qualität! Boah, bin ich krass, mein Spaß! Und hängt das so? Oha! Also ich bin ein Stream, der hängt nicht und die Qualität ist auch nicht geil! Hab' ich! Easy! Das freut mich auf jeden Fall, Anna! Das ist eine sehr tolle Information, die mich nicht juckt! Nein, Spaß! Leute, ich hab' ja gesagt, ich versuch' was dagegen zu machen! Und was hast du denn jetzt daran verändert? Ähm... Einstellungen und anderes Programm. Auf jeden Fall! Auf jeden Fall! Die Qualität ist einfach wirklich geil! Den einen hab' ich! Den einen hab' ich! Und kann man jetzt selbst auch dieses FDS-Ding so schreiben! Scheiße, zu uns kommt wieder jemand! Home, 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 komm, home! Hä? Welches Team bist du? Komm! Nein, Bruder, unser Bett! Alter, war das gar nicht gehindert, ey! Hinter dir ist ein Rotom! Achtung! Oh! Easy! So, dann... Äh! Dieser X-Flo-Dick ist eigentlich voll gut! Glaubst du, der benutzt Autoklicker oder so? Nein, denk' ich mal nicht. Also... Weiß ich nicht. Ich benutze kein Autoklicker. Seit wann weißt du, was Autoklicker ist? Na ja. Hm? Ey, Mann! Ey, Autoklicker ist doch dieses, wo man... ... die ganze Zeit schlagen kann. Ja. Skype, ja. Ja. Habe ich mal so ein Video gesehen? Ich muss mal kurz gucken hier. Skype. Okay, grad hat der Stream ein bisschen gehangen. Äh, wir können nach dem Stream Skype, aber nicht während des Streams. No. Vielleicht ist er jetzt nicht wirklich rausgegangen. So. Ich hab' es doch... Oh. Bett-was. Na Bett-was. Mum! Was? Ja, später. Komm mal in meine Party. Mach gleich mal bitte Party lieb und dann komm in meine Party. Das ist besser. Ich hab gerade eine Freundschafts-Unsage los. Oh, der Street liegt grad mega an die Qualität. Oh, bei mir hat's auch grad ausgeleckt. Mein Ping geht aber noch. Ja. Mal gucken. Nee, lass meine Party. Okay. Nach der Runde geh ich aber dann raus aus der Party, weil ich grade streame und dann können andere Leute noch in die Party. Oh, dein Ping wird immer schlechter. Geht aber noch. Ich weiß noch, als wir mal 362 oder so hatten. Oh, keine Blöcke mehr. Vielleicht soll ich Skype einfach im Hintergrund wieder schließen. Vielleicht macht das so viel ähm, ähm, den Ping so scheiße. Komm, please. Wie, zu dir oder was? Ach so, okay, warte, 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 Bruder, ich komme. Oder auch nicht, du bist schon tot. Den erstmal weg. Weil der musste weg. Wie, weg? Was heißt hier weg? Oh, scheiße, da kommt welchen. Digga, ich hol die. Ich bin, ich bin Profi. Spaß. Oh mein Gott, ich hab ihn bekommen. Komm, ich sag doch, ich bin Profi. Und er hat mir gesagt, dass ich bei uns genommen. So. Ich musste noch Storytime erzählen. Ich musste vor ein paar Tagen so eine richtig diegtige Spinne wegsaugen, ne? Und, weißt du was? Man darf Spinnen nicht wegsaugen, weil die können aus dem Staubsauger wieder rauskrabbeln. Was? Ja. Nicht dein Ernst? Doch, deshalb darf man Spinnen nicht staubsaugen. Oh mein, ich, ich geh nie wieder in unseren Abstellraum. Weil die krabbeln dann doch logischerweise wieder rauskrabbeln. Der Staubsauger kommt nie wieder in mein Zimmer. Nie wieder. Guck mal, das saugt die Spinnen ein, aber wenn der aus ist, dann können die doch da rauskrabbeln. Die können auch im Staubsauger Eier legen, schreibt sie gerade jemand. Ja, Anna. Oh, lecker. Wir brauchen einen neuen Staubsauger. Wenn da jetzt so Spinnen, wenn da jetzt, wenn da jetzt die 20 Spinnen rauskommen, oh, lecker. Und das war noch die ekligste Spinne, die ich... Oh, ich muss erst mal was trinken hier. Der ist auch so dumm und saugt ne Spinne weg. Ich weiß, wie ich mich anfassen wollte. Na dann, viel Spaß, ne. Wenn da so... Ich hab die größte Spinnen, wie die es gibt. Ich auch. Hallo, du hast mir einmal 10 Videos geschickt, wie du ein Spinnen mit einem Glas verfangen hast. Boah, die hab ich immer noch. So, das Bett müsste safe sein. Aber krass, dass die Qualität mega gut ist. Und gut, manchmal hängt es wie ein bisschen, aber eigentlich läuft das relativ gut. Freut mich. Ich hab 10.000 Nachrichten, aber... Ich lese die jetzt nicht durch. Ich hab irgendwie in der Runde noch gar nichts gemacht. Oh, es ist nur noch Team Lila übrig. Wo ist Team Lila? Da. Oder? Ja. Den muss ich irgendwie bekommen. Du Lila, das Bett ist schon weg. Ich weiß, aber ich bin ja ein Pro, also werde ich den bekommen. Ja. Sie ist der heftigste Pro, den es gibt. Also, alle können einpacken. Diese Sky Guy, Leute. Ich lieb's noch. Sky Guy spielt nicht mal Bad Wars. Ah ja. Ähm, diese ganzen Minecraft YouTuber-Teile einpacken. Hallo! Hab ich ihn? Schade. Der müsste Low sein. Low sein Vater angesprochen. Ich wollte ihn eigentlich 3-siden, aber ich hab's nicht hinbekommen. Boah, wie ich mich gerade gefreut hab, dass ich dieses hinbekommen hab, ey. Welches? Bei 3-siden... Ach, jetzt kann ich's nicht mehr. 3-side? Das ist ja so ein englisches... Alter, wer spammt dich da voll? Ich sag doch, ich krieg 1000 Nachrichten. Na, das war jetzt mal ein Easy Win für mich, würd ich sagen, ne? GG. Ahaha. Bad. Ja, ja, ja. Bad. Guck mal sein... Guck mal sein Dings an. Sein Cape. Das ist ja mal richtig... Öh, das darf ich doch nicht hier auf YouTube zeigen. So, Slash Party... Egal, ich bleib' noch an der Party, ist mir jetzt egal. Mann, ich will diesen... bunten Kopf haben. Haha. Ich hab ihn. Er wärs grad alles eigentlich im Stream, weil ich hab das Gefühl, dass du noch echt den Kopf hast. Uh! So rein theoretisch. Bei dir kann man ja gar nicht vor und zurück... Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Was? Bei dir kann man gar nicht vor und zurück spülen im Stream. Wolltest du das so? Ja, das ist extra. Damit alle im Stream bleiben? Nein. Weil, guck mal, stell dir vor, mir passiert ein Fail. Dann können's alle so nochmal angucken. Achso, ja, oder jemand nimmt halt den ganzen Türen auf, aber das war wohl ehrlich. Wer verschwendet seinen Spalterplatz mit mir? Freiwillig niemand. Naja, du weißt nicht, ob ich dich gerade aufnehme. Nein, mach ich nicht. Wird mich halt nicht jucken. Du darfst ja nichts damit machen. Urheberrechtsmissbrauch. Ja, Missbrauch. Ja. Ich hätt grad was gesagt, aber... Ich locke den Kopf das selbe, oder? Weil Missbrauch... Okay, nicht falsch. Was denken jetzt die Leute von mir, Alter? Ähm, sie ist eine nette, keine, komisch Gedankerin. Schülerin hat nur ein und zwei. Sie haben sehr viel, hat auch in der Freizeit gute Schülerinnen. Sie liebt ihren Schreibtisch, ist sehr wenig am Handy und PC, weil sie sich mehr auf reale Dinge vorzieht. So, das ist dieser... Eigentlich im allen das Gegenteil. Dankeschön. Ja, bitte. Aber kann ja keiner mehr hören. Ich mag dich auch sehr nicht. Bruder, zu uns kommen welche? Hilfe! Ah, ich bin runtergelaufen. Komm, home. Home. Sweet home. Home sweet home. Zu Hause ist wohl dein Herz da. Wie geht das? Home sweet home. Ich mag das aber nicht, weil das heißt dann Zuhause süß zu Hause. Hä? Home sweet home. Fuck, da kommt jemand. Ja, ich bin diesen Spruch dumm. Oh, kacke. Was machen die denn da jetzt? Der ist das da. Na, das war ja jetzt mal easy. Okay, irgendwie nicht, aber... GG, würde ich sagen. Aber ich meine, das ist ja so Standard für mich. Ausgelenken. Mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh. Sonst geht meine KD in den Arsch. Nein, Spaß. Ey, welche KD hast du denn? 5? 10? Ja, Slash, Stats, BW. Ich hab eine 0,56er KD. Ist das gut oder? Äh, natürlich. Das ist richtig krass. Wieder 18 gewonnen, 2 verloren, 16. Joa. Woo, fast runtergelaufen hier in meiner Chance. Ich mach erstmal den ganzen Weg kaputt. Hey, bist du Team Green oder Team Gelb? Team Lila. So. Boah, das war jetzt mal hier richtig nice von mir. Nein, Schwach. Das war wirklich gut. Scheiße, geht da jemand zu mir? Oh, 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 ich komme, ich komme, ich komme. Ja, sieht man. Oh, scheiße. Scheiße. Scheiße, der hat unser Bett schon wieder, ne? Das ist ja jetzt im Spielen, das ist es noch nicht, aber jetzt. Ich bin tot. Komm, gib mir den, gib mir den bunten Kopf hier so ein Bein. Nein. Ich krieg den bunten Kopf. Jetzt geh ich hier weg. Wer war das in der Part, die... Nur wir zwei. Hey, der hat einfach den bunten Kopf geklaut. Ich möchte ihn haben. Bitte. Alter, wer ist endlich da voll? Bitte. Danke. Ja, ich habe gewonnen. Ich hatte den Kopf. Okay. Lisa, drei Jahre alt, freut sich meinen bunten Kopf. Danke, Farmers Easter 1001. Für dein Abo. Freut mich auf jeden Fall. Willkommen der Lacey-Arm. Hey, bei mir ist es immer noch 377. Hm. Hä? Also, ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Sehr gut. Hat er wahrscheinlich deaboniert oder so? Ja, ist ja logisch, ne? Ich finde das dumm, dass man direkt dann wieder deabonieren soll. Hä? Mann, den Block wollte ich doch hier gar nicht setzen. Ich glaube, Fortnite ist jetzt nicht mehr so im Hype. Hm. Ich weiß auf jeden Fall, dass Minecraft jetzt wieder mehr gezockt wird. Hm. Weil ich sehe, also, vorne ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so... Habe ich nicht. Ich habe nur noch Blöcke für dich. No problem. Mann, ich hatte den fast... Boah! Habt ihr den Safe gesehen? Habe ich bin trotzdem gestorben. Nee, hat man nicht. Natürlich. Scheiße, ich habe... Jetzt. Nein, ich wollte doch nicht beide werfen, nur einen. Da liegt ein Knüppel für dich. Und ein gelber kommt. Er hat sich umgebracht. Oh meine Blöcke. Und er hat unser ganzes Eisen eingesammelt. Hä? Er läuft einfach runter. Wegen mir war ich so gut dran den Blöcke gemacht. Aber ACHTUUN! Das passiert aber auch so gut, dass du nicht sterben wirst, okay? Was? Achso, ihr werdet gar nicht angerufen. Haben sie sich gerade gegenseitig getötet? Umso besser für mich, ne? Sag nicht, dass es bei Codrix, nein, ist es nicht. Ha. Oh mein Gott, war das gut von mir. Ich würde das Bett trotzdem nicht bekommen. Na, das war jetzt mal easy hier. Ey, lass mir den killen! Oh fuck, unser Bett! Scheiße. Ah, mein Bett wurde zerstört. Ja, aber hast du gesehen, wie ich den gekillt hab? Mhm. Das war ja richtig krebs. Trotzdem noch ein Beckel hat mich gefehlt. Hä, natürlich! Ey, da sind immer noch kill's Norbel. Trotzdem hab ich den... Oh, WTF, ich hab das gar nicht an, dass die Abonnenten im Stream angezeigt werden. Ich bin so dumm. Danke an jeden, der mich abonniert hat. Wäre nice, wenn ihr was in den Stream schreiben könntet. Dann könnte ich mich bedanken. Eigentlich werden die Abos auch angezeigt. Aber... Irgendwie... Ja, hab ich das ausgeschaltet? Ich schalte mal kurz was in... in den Stream gehe ich. Na ja. Danke auf jeden Fall, Leute. Könnt einfach mal reinschreiben... Wer mich abonniert hat. Hm. Danke kurz einem... Legit für dein Abo. Thank you so much. Guck. Guck. Lass mich ganz... Guck. Guck. Ein roter lebt noch. Das rote Bett lebt aber noch. Scheiß. Der holt sich Eisen. Ich geh mal zurück zu meinem Maid. Damit ich noch eine Überlebenschance hab. Oder nein. Nein, nein, nein. Das bin ich in der Party. Hä, ja. Ich versuch mal sein Bett zu holen für dich. Ist mir egal, wenn ich dabei sterbe. Dann hast du mehr Chancen. Falls du verstehst, was ich meine. Hey, aber kannst du irgendwie besser bauen? Weil das kannst du jetzt eigentlich... Der hat zu viel Kopf abgesetzt. Jetzt bekomm ich den. Oh mein Gott, das war eine Sekunde, Bruder. Tut mir leid, ich hab sein Bett nicht bekommen. Mann. So ein Fresh Party Leaf. Freundschaftsanfragen. Annehmen. Er ist offline gegangen. Ja, moin. Ich geh jetzt mal auf den Server Ren DMC. Und spiel mal... Wieso nicht auf Romme? Hm. Weil ich da gebannt wurde. Ähm. Ich spiel Lucky Race. Boys and Girls. Scheiße. Da ist nur eine Runde mit einer Person. Wunderbar. Hey. Ist Lucky Race das mit den Blöcken? Mhm. Dann spiel ich Lucky Wars. Da sind mehr. Oh. Es geht schon los. Lass mir den. Edgar. Kisten muss man auch looten, Leute. Weil da können gute Sachen mit bei sein. Ah, das Schwein. Fuck. Hier ist ein Hase, der mich killen will. Oder? Nee, der will mich gar nicht mehr killen. Ich muss viele Lucky Blöcke öffnen. Damit ich viel Stuff bekomme. Und dann kämpfen alle danach. Oh. Ich wollte sie gar nicht schlagen. Ja, danach kämpfen alle gegeneinander. Und der soll sich verpissen. Lass meinen Hund! Du Schwein. Geht so nicht. Also. Sowas habe ich ja noch nie erlebt. Nein, ich weiß nicht. Ah, Alter. So was habe ich noch nie gesehen? Die Zone, keine Ahnung. Ich habe nicht mal ein gutes Schwert, aber hey. So, was habe ich denn hier? Beim Aufprall wird ein Blitz erzeugt. Naja, dann. Beim Aufprall wird ein Blitz erzeugt. Ich gebe dir fünf Posit... Lass meinen Hund! Nein, nein, nein. Ah, ah. Stopp. Stopp. So. Lass meinen Hund. Bestimmt will er deinen Hund da haben. Lass doch meinen Hund. Ja, kill den. Ja, feiner Hund. Das ist ein kleiner Asi. Er hat den Hund getötet. Sowas wie... Was ein kleines Arsch. Sag ich ja. Wieso kannst du den nicht töten? Äh, weil der leider in meinem Team ist. Uh! Ach so, nett. Der tötet dann seine Hunde. Hä? Okay. Okay. Ach so, ich habe nichts davon bekommen. Na dann. Scheiße, welches Team bin ich? Ich glaube, du bist Team Gelb. Mann. Warum kein Fortnite? Ähm... Mein Fortnite leckt mein ganzes Spiel. Also ich kann es nochmal ausprobieren. Ähm, ich starte mal kurz hier Epic Game Launcher. Ich muss es aber auch erstmal updaten. Also Fortnite ist bei mir gar nicht geupdatet. Oh, ich bin... Anmeldung fehlgeschlagen. So. Ich kann euch das hier mal zeigen. So, ihr seht jetzt hier meinen Launcher. Jetzt werdet ihr hier sehen, dass mein Fortnite 100 Jahre nicht geupdatet wurde. Und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt tun kann. Wegen meinem Speicher. Ja, aber... Hier steht jetzt auf 100 Jahre. Bitte warten. So, ihr seht das hier. Das hier aktualisiert werden. Und jetzt seht ihr hier, wie lange das dauert. Das ist seit 100 Jahren nicht geupdatet worden. Ähm, ja. Also sollte ich heute noch viel länger streamen, dann kann ich, ähm... Später mal Fortnite... Fortnite spielen. Aber ich kann jetzt noch ein Dings... Ähm, ein anderes Spiel spielen, was ich mir letztens... Ähm, runtergeladen habe. So, das war nice. Wo ist das denn? Hier. Kann ich ja zeigen. Da. So, das sieht jetzt erstmal scheiße aus. Ihr seht das jetzt auch nur klein. Das ist ein Spiel, was ich gefunden habe. Das ist ein Outcome-Spiel. Dann klickt man hier auf Spielen. Ich hoffe, ihr seht das überhaupt. Sieht man das im Spiel? Was? Sieht man das Spiel? Im Stream. Es lebt der Helfel, der Stream. Wieso lebt denn jetzt der Stream? Warte, ich verlasse. Ich muss mal kurz hier... Ja, der Stream. Jetzt müsste man es sehen. Ich sehe, wenn ihr noch... Ist egal, haben nur gefragt. Ja, das ist... Ich fand das super geil. Jetzt müsste man es so sehen. Man sieht es aber ganz klein oben. Und der Stream hängt jetzt schon. Man müsste es jetzt sehen. Man müsste es jetzt sehen. Es fehlt der Regen. So. Man fährt halt hier in den... ...malen altmodischen Steuerungen, wischt ihr. Wir spielen hier mal erst mal Bronze-Medaille. Weil man fährt da gegen eine Person, gegen einen Roboter. Zwei, eins, go. Ich habe das noch nicht oft gespielt. Na moin, habe ich hier direkt gewonnen. So Leute, vielleicht habt ihr mal Bock auf dieses Spiel. Das war jetzt die erste Runde. Wie habe ich gewonnen eigentlich? Das ist nicht schön, aber... Ähm, ja. Ich fahre jetzt direkt Gold-Medaille. Und diese Kurve hier war schwer. War es gar nicht. Jetzt habe ich zum Beispiel die Kurve verpackt. So, mal starten. Wiederholen. Ich glaube ich muss da noch fahren. Ja, ja. Und abeinander. Leute, ihr könnt auch gerne mal in den Chat schreiben, ob ihr Bock habt auf mal wieder 1-12 Stunden oder 24 Stunden zu gehen, aber dann FaceTime uns mit einer Freundin. Mal alleine, das war gar nicht. Ich hab direkt Neustart. Ich schaffte die Kurve nicht gleich. Ich hab mich nur überholt. Das muss jetzt auch so bleiben. Wo hab ich gewonnen? Na, geht doch. Jetzt spiel ich mal eine andere Strecke. Zum Beispiel. Grün. Blau. Rot. Kann man hier verschiedene Strecke spielen. Ich hab die. Leck der Stream. Bei mir nicht. Gut. Siehst du, was ich spiele? Das ist ein bisschen... Hey, der Stream ist offline. Ernsthaft? Der Stream ist offline. Warte, ich schließe ihn nochmal und öffne ihn nochmal. Jetzt lädt er. Bei mir auch. Aber er öffnet nicht. Vielleicht ist das zu viel Belastung. Mach doch das Fehler von deinem Handy aus. Wahrscheinlich kann ich den Checker nicht mal erst mal.